Also für mich sind Highlights in der Show eigentlich immer die Sachen, wo alle gefordert sind. Irgendwie sich zu beteiligen, einfach eigene Kreativität spielen zu lassen. Jeder kann immer probieren, vor Menschen sich zu präsentieren, die Dinge für die Ergrenzung präsentieren. Und einfach dieser Mix an Möglichkeiten und tollen Menschen. Genial. Also ich kann immer viele neue Dinge lernen. Weil die Themen immer interessant sind, weil es nie langweilig wird, muss Spaß machen. Viele Leute, viele kreative Ideen. Viele Erfahrungen, viel Wissen. Ey, weil man nie Dinge erlebt, die man ganz irgendwo erlebt. Danke. 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 Danke.